Ich hab die Eifel von hinten gesagt, naja, das ist ein Hühstor, von ihr seid es zurück. Was ist denn was? Kommt jetzt weiter, bitte weiter. Alter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Stiel! Ja, der zieht ja auch gar nicht ab, wo das Dach zu ist, ne? Ja, der zieht ja auch gar nicht ab, wo das Dach ist.